Nauer, hast du mal ne Sekunde? Klar, was denn? Ich verstehe da was nicht. Also es ist nicht persönlich gemeint, nicht böse werden jetzt, aber... Wie kannst du denn da einfach... Ja, Moment, da habe ich ja nur... Ich weiß, aber trotzdem finde ich... Aber du kannst doch jetzt nicht nur wegen dem... Ich finde, dass du in jedem Fall... Also bitte! Nauer, ich finde... David, bitte! Nauer! David! Na, was ist denn los? Ich will dir doch nichts vorwerfen, Nauer. Das ist auch nicht persönlich gemeint. Ich finde nur, dass du manchmal ein dermaßen... Hey, 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 jetzt mal ganz locker jetzt, ja? Nauer, jetzt lass mich doch mal... David, jetzt bleib mal ganz locker, ja? Nauer, lass mich jetzt mal... Nein, jetzt bleibst du mal bitte ganz locker... Stopp, 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 jetzt lässt du mich jetzt in Nauer! Wenn du mir... Kannst du mal... Würdest du bitte... Okay, du. Sorry, okay, du. Verdammt, Mama, kannst du vielleicht mal die Klappe halten, wenn ich dir... Sag mal, das gibt's doch nicht, kannst du... Hey, hallo, verdammte scheiße Schnauze! Wie bitte? Ich glaube, du brauchst ein paar auf die Fresse. Kannst ja gerne mal versuchen, du Schwuchtel. Okay, du hast es so gewollt. Okay!